servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mal was ungewohntes tatsächlich was wir sehr sehr lange nicht hatten und zwar ein kleines update video wo ich oder ja es wird zwangsläufig um world of warcraft gehen aber nicht hauptsächlich sondern einfach ein paar allgemeine themen die ich ansprechen möchte weil ich glaube es ist einfach einfacher das in videoform zu machen und so erreiche ich am meisten leute es geht hauptsächlich um die gegenwart und zukunft dieses kanals und was sich so alles entwickelt hat und alles in allem sind es positive nachrichten es sind eigentlich nur positive nachrichten wenn man so will aber ich denke es ist einfacher das so zu erzählen als irgendwie anderweitig ihr wisst das ganze also punkt eins das will ich auch relativ kurz abhandeln weil es da auch nicht wirklich viel zu sagen gibt sondern das wird sich einfach über die nächsten monate und so weiter entwickeln ich habe es tatsächlich geschafft an dieser stelle auch danke an blizzard dafür dass ich als content creator partner als einer von glaube ich hunderten aber trotzdem jetzt mit an bord bin bzw ich jetzt kontakt zu blizzard habe ja das ist eigentlich das was ich dazu sagen kann darf was heißt darf ich habe keine vorgaben also es hat sich für mich für mich dadurch nichts geändert ich wollte es einfach nur ansprechen weil neulich hatte ich schon mal im ich hatte eigentlich gar nicht erwähnt weil es für mich so mehr ich habe drüber gefreut aber ich prall nicht gern mit sowas auch wenn es vielleicht jetzt einer so du suchst dir trotzdem ich hätte es nur einmal im stream fallen lassen und da hatten dann ein paar leute gefragt und deswegen wollte ich jetzt einmal insgesamt sagen deswegen komme ich auch gerade in den genuss dazu wie hotel car classic zu spielen vielen dank an blizzard an dieser stelle für das vertrauen freut mich sehr und an euch auch ein dickes dankeschön weil nicht würdet ihr nicht gucken kommentieren und was weiß ich alles hätte ich hätte ich gar nicht so weit geschafft also deswegen auch noch mal wirklich aus tiefstem herzen ich sage das nicht nur so ich weiß jeden tag bin ich dankbar dafür was sich hier ergeben hat da freue ich mich sehr drüber danke an euch ohne euch wäre das definitiv nicht möglich gewesen und freut mich sehr 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 was das für euch hat das dann auch noch folgen also gute folgen aber das werdet ihr dann sehen wenn es soweit ist und ansonsten es wird sich von meinen videos dadurch aber jetzt nichts ändern also wenn ich was dämlich finde dann sage ich das noch genauso wie wenn ich was gut finde also es ist jetzt nicht so wie gesagt ich habe keinerlei vorgaben oder sonst was dadurch meine arbeit wurde einfach nur anerkannt sagen wir es so und in dem fall ich bin mensch ich sage immer was ich denke auch wenn es manche nicht passt auch wenn ich mich manchmal damit verrenne aber dann sehe ich es ein wenn ich einen fehler gemacht habe aber für mich ist es wichtig wenn ich was nicht gut finde selbst wenn ich der einzige bin der es nicht gut findet aber ich teile meine meinung trotzdem immer gerne mit und kritisiere auch weiter sachen wenn die für mich nicht gut sind das ist punkt nummero eins auf der liste dann was haben wir noch zum zweiten da das jetzt in letzter zeit sehr sehr viele geschrieben haben aktuell ist es in der regel so dass ich mittwochs und sonntags auf jeden fall streame wenn wir raid haben das wird aber gerade ein bisschen weniger dazu gibt es dann auch noch mal gleich was twitch.tv slash g6 gaming da könnt ihr zum einen gerne ein follow da lassen dann werdet ihr halt benachrichtigt wenn ich streame weil viele gesagt haben sie kriegen das gar nicht mit wenn ich streame obwohl ich das eigentlich immer über youtube und diesen community tab und twitter facebook und so verbreite also wenn ihr das auch mitbekommen wollt ich glaube der beste weg ist folgen aber ich habe keine ahnung wie das ausgespielt wird an die leute ich bin an dem algorithmus nicht drin aber nur dass ich es mal angesprochen habe nicht dass ihr überrascht seid von wegen auch der streamt ja ansonsten ist hier auch auf dem channel selber okay hier sieht man es nicht ich weiß gar nicht sehe ich das wenn ich jetzt offline bin normalerweise sollte ich bin gerade selber zu dumm für meinen eigenen twitch kanal aber sollte wenn ihr auf den kanal geht unten unter der video box so ein kleines widget sein wo auch ein countdown drin ist wenn ich streame und ich versuche auch zukünftig ich glaube über twitch gibt es auch so ein streaming plan und ich versuchen werde das einzutragen wenn ich streame ansonsten nutze ich dieses widget wo ihr das dann ablesen können und ich versuche daran zu denken falls ich mal nicht streame das da rauszunehmen und wie gesagt ansonsten seht ihr das immer über twitter facebook insta oder über twitch selber eine von den möglichkeiten nur dass ihr das auch mal alle gehört habt dann noch darauf hat mich auch ein paar leute angesprochen unter dem video bei twitch und so weiter und so fort dass ich aktuell nen fated raid suche also kurz oder die geschichte kurz zusammengefasst bei uns ist es jetzt so innerhalb der gilde ich das wichtigste vorweg nein mir gefällt es immer noch da sehr gut und nein ich will nicht wechseln also darauf war das bitte nein bezogen aber wir haben jetzt intern abgestimmt und bei den meisten ist glaube ich ein bisschen die luft raus und wir werden jetzt fated nicht mehr weiter progressen also wir wollen noch weiter die jailer mythic mounts abfarmen aber jetzt so beispielsweise bei sylvanas mythic fated das war jetzt halt nicht so dass wir wie früher da reingegangen sind haben die einfach umgerollt sondern das hat doch haben einige tries investiert und auf so ein reprogress haben die meisten keine lust das akzeptiere ich ich habe aber noch lust und ich habe zum beispiel halt noch nicht den atrius mythisch gelegt in diesem addon aber ich würde es sehr sehr gerne und zumindest bis der prepatch kommt wann auch immer das sein wird würde ich schon noch gerne weiter raiden und auch progress halt also ich habe kein interesse die ersten sechs bosse in einem raid mythisch abzufarmen wo man brain afk drüber rollt das macht mir im moment jetzt auch nicht mehr so viel spaß aber dementsprechend nein ich werde nicht wechseln habe es nicht vor wir sind uns nicht böse oder sonst was das ist auch abgesprochen falls ihr jetzt beispielsweise ein raid habt und sagt du äh raid doch bei uns mit wir sind gerade bei den atrius mythic oder so und legen den noch dann sagt gerne bescheid aber auch nur unter der voraussetzung was ich auf gar keinen fall möchte ich möchte keinen bonus haben also von wegen du hast ja ein youtube kanal dann fliegt der jetzt halt raus und du kriegst ein slot das will ich nicht und ich will auch nicht durchgezogen werden irgendwo also ich kenne alle mythic boss silvanas und jailer und so weiter habe ich auch alle zig mal down nur halt den atrius nicht das ist der einzige mythisch boss den ich diesen diesem addon nicht gelegt habe aber trotzdem ich möchte keine extra würste oder sonst was ich will mir das wenn er arbeiten also beispielsweise falls irgendeinen raid gibt wo ihr sagt weiß nicht wir sind an sich 21 leute und bei 1 2 ist es im moment schwierig und ihr bräuchtet noch einen zumindest für die zeit dann ihr sagt gerne bescheid schreibt unter das video oder discord g6 hashtag 1016 beispielsweise da erreicht ihr mich eigentlich immer ganz gut hatten wir sonst noch was achso das ist auch noch ein punkt den ich ansprechen wollte weil ich das neulich auf twitter geschrieben hatte ich habe jetzt den tweet selber nicht mehr gefunden aber ich hatte ja von einem projekt gesprochen was in planung ist leider ich hätte gern zum jetzigen zeitpunkt schon ein paar fortschritte gezeigt geht aber noch nicht was ich schon mal sagen kann es geht um die webseite wo ich gerade dabei bin oder wo ich möchte das ganze ein bisschen zu überarbeiten wie das finale produkt dann letzten endes wird das werden wir noch sehen aber da ist jedenfalls auch einiges in arbeit und damit kommen wir dann auch noch zu dem letzten großen punkt quasi weil ich da dann auch gefragt wurde bezüglich der homepage und so weiter was ich da vorhabe und alles das werde ich wenn alles gut läuft eigentlich im oktober november vielleicht noch mehr zu sagen aber aktuell nur weil ich jetzt gefragt wurde was meine pläne so sind da kann ich leider einfach aus gründen weil ich nix ich habe ideen und so weiter aber ich will nichts offiziell verkünden bevor es letzten endes auch da ist weil ansonsten legt man sich setzt man sich nur in die nesseln weil es nicht rechtzeitig fertig wird und da habe ich keine lust drauf aber was ich versuche in werde das möchte ich jetzt auch nicht versprechen aber mir macht das stream im moment sehr viel spaß und ich will zumindest versuchen dass wir so alle paar wochen mal einen abend haben wo man zusammen zockt ich will kein festes datum machen weil das schaffe ich allein beruflich nicht einzuhalten dass ich immer den selben tag kann das geht einfach nicht und wie gesagt ich will auch nicht sagen wir machen das garantiert viermal im monat aber weil da auch einige jetzt gefragt hatten wegen rate und mythisch plus und sonst was es ist auf jeden fall bei mir auf der uhr bei mir ist halt gerade auch privat super viel los beruflich trennung und was weiß ich alles das brauche auch alles seine zeit ich habe euch nicht vergessen definitiv nicht und mir macht es auch sehr viel spaß mit euch gemeinsam zu spielen aber ich will halt einfach gerade nichts versprechen weil ich nicht einhalten kann es ist auf der agenda und wie gesagt wenn alles so läuft wie ich mir das wünsche dann haben wir im besten fall zu spätestens dragonflight eine gute ausgangsbasis und ja und letzter punkt neulich haben sich zwei drei leute eine room tour gewünscht durch meine bude wenn ihr da auch bock drauf habt könnt ihr ja gerne mal bescheid sagen habe ich noch nie gemacht so was finde ich wäre ich prinzipiell nicht abgeneigt ich habe nichts zu verbergen eigentlich hier ähm es steht auf jeden fall jede menge nerd kram rum das kann ich schon mal sagen äh falls ihr da auch bock drauf habt äh gerne gerne mal bescheid sagen hier in die kommentare und damit äh genug das war das wort zum samstag quasi ich wünsche euch an dieser stelle ein wunderschönes wochenende wer mein zauberndes gesicht noch nicht gesehen hat bis hierhin ich hoffe ihr habt die erfahrung überstanden an der stelle und äh ja gleiches raid dementsprechend habt eine gute zeit lasst euch gut gehen und lasst euch vor allem nicht ärgern äh reingehauen bis zum nächsten Mal b b b b Untertitelung des ZDF, 2020